Ich weiß nicht, ob mein älter Impala nirgends sein wird, ich hab keine Ahnung. Ich hab gegen Impala ungefähr genauso viel damage gemacht. Ich versteh das voll nicht. Also so mal richtig gar nicht. Ja was denn nicht? Ich sag mal die Zahlen, die da so aufgehen, die sind totally unreal. Meine Dinger da, gegen die ich so sonst so 7-8k kredite, kredite bei Impala so 3k und beim Schaman 2k. Also mehrmals im Kampf jetzt gesehen. Bei meinen ganzen Cooldowns halt, wenn ich die gezündet hab. Check ich nicht. Hast du noch alle Ausrüstung angelegt? Ja, also mal wirklich serious. Ich weiß nicht. Der Parler hat noch seinen göttlichen Schutz, was er drauf machen kann. Ja dann wird er ja auch immun stehen. Das ist nicht mein Problem gewesen. Ne, nicht immun. Sondern 20% wegen der Damage. Ach das Ding halt so. Ja okay. Kann der das auch auf andere machen? Ja. Hm. Aber, als nicht deine Schamanen sowas nicht auch hat. Hm. Guck mal wieviel Damage es gegen mich macht. Wir haben ja noch ein bisschen was zum Nächsten. Ein paar Teile. Verzauberung. Ich werde jetzt nur deinen Damage testen. Nicht mich töten. Oh tschüss. Das waren kreise Zahlen dabei. Was? So, dann nochmal. Einigen. Da atau nabast. Awesome. Macho, 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 macho... Muniz ... Krass, das ist jetzt gar keine Wut. So, und wie sind die im Vergleich jetzt? Also hier kommt es schon nah an das von dem Parler ran, aber nur noch um einiges größer. Gucken wir jetzt, wer den Birbel ist. Nein, nicht normal. Also normal wie beim Parler? Also wie beim Parler, ja. Ja, also. Ja. Das ist mein Nachkampschermann. 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 5. 660, warum? Einschlag habe ich ja nicht im Stunning gekriegt. Oh ha. Aha. Oh. Das ist jeder für sich? Ja, da sehe ich. Da können die Sport neu zeichnen. Warum das denn? Die gibt uns halt die Kraft, alles zu verändern. So haben wir nicht gewettet. Nein. Das ist voll der Kack. Wie oft wurdest du denn unterbrochen? Also meinst du in dem Duell oder in der Arena? In der Arena. So. Hm. Das ist dreimal schon echt sick. Ich würde sagen, halt einen Heal, den ich durchbringen will. So. Hm. 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 Ja. Nein, nicht hinterbrechen, aha. Nicht weglaufen. Kann ich das lecken, mein Kick gebastelt? So, wie heal ich mich jetzt? Cool da, zwei Minuten. Hm. Ach so, kann ich ja am Leben bleiben. Nee. Oh, cool ja. Oh. 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 Dann springe ich jetzt. Oh nein, ich wollte nicht wirklich springen, ich wollte eigentlich im Flug dann den Sprung wieder anmachen, bin aber, ob das Mausrad gedreht wird, diesen scheiß Klingensturm Dann haben wir morgen weiter, ja, wow, here we go again. Dann. Mm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm. Oh, here we go again. Man muss wissen, heute zum Konsumfall, wir haben nämlich unseren eigenen Song bekommen. Oh, yeah. Eine epische Konfrontation mit der Awesomeness. Das ist die Schwester von Artemis, hört sich immer nicht vor, wer das ist. Das ist die Schwester von Artemis. Ja, dann wollen wir noch mal ein paar Sachen fahren. Ein paar Sachen fahren? Mhm. Jo. Jo, auf jeden Fall mindestens ein Teil. Aber im Prinzip könnte man dann auch schon wieder Arena machen, weil ich glaube, das meiste, der allergrößte Teil ist der Skill im Augenblick bei uns fehlt. Und was meinst du? Pessimist. Du musst so ausdrücken, Skill ist das, was nicht fehlt, sondern was noch nicht so ganz ausgeprägt ist. No. Ich sehe das aber optimistisch, dass er am Skill liegt. Verstehen wir uns? Ich bin auch so optimistisch, dass ich mir immer denke, aber ich bin einfach ein Kack nun. Nee, 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 wieso meine ich das? Versuchen wir Teufelshelcher? Ah, da bist du auch, ja. Jo. Leute wollen hier nicht warten. Na gut. Okay. Ah. 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 Kannst du jetzt Rampage? Wie die... Ihre Phase? Wollen wir zur Flagge, dann können wir durchziehen und mich zu drinnen, Roni. Sabellugon erinnert mich jetzt hier stark an unsere Levelzeit in Netherstorm. Schöne Erinnerungen werden da wach, weil wir jetzt nicht mehr da leveln müssen. Ich hab die Flagge, oh Scooby, ich kann es kaum erwarten, bis wir Neverstorm erwähnen können. Wollen wir versuchen hier direkt mit Druck zu machen? Können wir kritisch werden nochmal schauen? Oh mein Gott. Nein! Was hab ich getan, Scooby? Ich hab die Flagge verschwindet. Ich hab sie. Nice. Dann brauch ich ja in Zukunft nichts ändern. Puh. 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 Puh法. Puh. Aber lass uns direkt zu den Flangen durch. Was denn, diese Zeitkrümmungsexpekt? Du hast es weggemacht. Du hast es weggemacht? Ja, die Anzeige. Du hast es weggemacht. So. Flagge? Ja. Okay, wir halten den Flangenspot direkt. Okay. 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 Komm schon, gib sie ab! Ich hole sie. Lauf, Kurser, lauf! Dreh um! Ich hole die Karte raus. War es eigentlich schon immer so, dass man die Flagge wieder aufheben kann? Ja. Deswegen kannst du ja auch selbstständig hinlegen. Hm, also das muss ich ja auch zum Beispiel nicht. Dammit, wir müssen die Flagge retten. Ja. Rho, Rho, gleich mal down hier. Undertown. Undertown. Kasko ist da. Nimm du die Fleiße. Undertown. 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 Kommen so. Okay. Okay. You guys, Tosca ist auch wieder da. Hallo. Haha. Boah, danke für unseren Song. Boah, jetzt sag mal Danke. Sie hört mich doch eh nicht. Ich mach dich laut. Danke. Kann ich mich jetzt hören? Ja. Oh, danke. So, bitte. Jetzt nicht mehr. Arsch. So scheiße war Ranscht. Okay. Okay. Wie konnte dieser Tausch passieren, wo ich mal kurz nicht da bin? Das war vorher schon so. Ehrlich? Ja. Gut geschehen. Gut geschehen. Gut geschehen. Gut geschehen. Gut geschehen. Oh, das ignorance wird. Uh, pewnier ist uns mal eine andere, Who braucht es nicht da? Wo bin ich lith九 worden. ev, wo steht sie 돌ители, einfach dr spectatog, dass man pointers expressive oder 할 uns gar nicht mehr? Vielen Dank.